Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, wir sind hier angekommen. Ich wollte gerade sagen, wir heißt eigentlich Joel und Ellie. Okay, nur Ellie habe ich gerade nicht gesehen. Achso, wir müssen da drüber. Okay. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist wieder so ein typischer Ort, wo wahrscheinlich Clicker und ähnliches unterwegs sein werden. Was war das? Das war aber ein Frosch oder sowas, oder? Ach, der Scheiße. Hä? Nein. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ellie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment, da ist noch was. Da ist nichts. Oh mein Gott. Links ist ein Bloter. Und hier sind überall Clicker, oder was? Oh mein Gott. Kann ich noch mal zurückgehen? Kann ich noch mal zurückgehen? Ich bin zwar jetzt froh, dass ich jetzt vorher gespeichert habe, aber kann ich noch mal zurück? Ich möchte diesen Teil nicht machen. Ähm. Oh Gott. Das mit dem Bloter habe ich auch immer noch nicht so ganz verstanden. Ob die jetzt auch blind sind? Bis zu einem gewissen Grad. Ach, das ist so ein... Wenn der Bloter natürlich daneben steht, dann kann ich das vergessen. Die Frage ist... Kommt da auch noch der Clicker hin? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ellie, geh mal aus dem Weg hier. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier gerade mache. Geht der jetzt noch weiter auf den hin? Zu? Oder? Ah, ich glaube wir warten lieber erstmal ab. Jetzt geht er wieder zurück. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein, geh woanders hin, geh woanders hin. Oh, scheiße! Ne? Sei leise! Finde ich auch. Oh, Ellie, hast du mich jetzt gerade erschreckt. Okay, was ist das hier? Das ist voll. Oh Gott. Da hinten liegt was. Genau, einfach weitermachen. Nicht drüber nachdenken, weil sonst drehe ich hier gleich am Rad. Das will ich noch haben. Oh, oh! Oh, fuck. Oh, fuck. Krieg ich das hin? Oh, nein. Also erstmal hatte ich die Waffe in der Hand. Und dann ist die Frage, sieht der mich, wenn ich da links rein will? Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Wir haben eine Machete, glaube ich, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt traue ich mich nochmal eben aus hier. Weil ich finde eigentlich, die Machete ist besser. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich komme jetzt hier von der anderen Seite an. Anscheinend. Die Sachen nehmen wir auch nochmal eben mit. Ja, ja, das ist die andere Seite. Aber da ist auch nichts mehr. Ehrlich gesagt, ich traue mich jetzt überhaupt gar nicht, Licht anzumachen, weil ich einfach nicht weiß, wie die Bloter und so da drauf reagieren. Oh, fuck. Kommt hier aber nicht hoch, oder? Und die Frage ist, sieht der mich, wenn ich da in die Ecke gehe und die Sachen hole? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheint nicht. Okay. Die Frage ist jetzt, wir müssen natürlich da durch, nehme ich mal stark an. Die Frage ist, wo geht die... Oh, da oben ist auch noch ein Klicker drauf, oder was? Oh, ihr wollt mich veräppeln, oder? Der bleibt doch jetzt nicht da stehen. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist er weg, ne? Oh Gott. 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 Die Kiste wäre ein guter Tritt. Oh Gott. Welche Kiste? Ach da. Äh, du weißt schon, wenn dir die Kiste runterstößt, dann sind wir gleich tot, ne? Geht das noch ein bisschen lauter, Ellie? Oh mein Gott. Ellie, komm runter. Aber ich glaube, wir sind safe, oder? Richtig gut gemacht. Richtig gut. Ich will mich ja nicht selber loben, aber... Holla, die Waldfee. Alles klar. Uh. Ich glaube, hier kriegen sie es nicht. Okay. Ja. Okay, also wir müssen... Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmbad. Na klar. Ich komme da nicht dran. Nee, du kommst da nicht ran. Das ist mir schon klar. Können wir... Ach, Joel, bleib doch mal im Wasser. Ich will hier... Ach, da haben sie mir durch, ne? Äh, nee, B war das. Oh, Joel. Komm, komm, komm. Schwimm, schwimm. Oh Gott. Ich bin jetzt drüben. Cool. Dann lassen wir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Die Leiter, Moment. Ich bin gerade nach dem Floß am Suchen. Aber gut, wenn wir jetzt nur eine Leiter brauchen, dann... Ach da, okay. Nehmen wir die doch. Kein Thema. Wenn ich sie dann aufnehmen könnte. Ja, komm. Komm. Ah, jetzt. Boah, mir hängt das Geklicker und Geklacker eben von eben noch voll in den Knochen. Ich denke mal hier. Ähm. Joel, es wäre gut, wenn du mir was anzeigst. Hallo. Wie soll ich denn sonst die Leiter darunter tun? Hallo. Ah. Ne, ich will die nicht ablegen. Junge. Ja, tragen. Du sollst die einfach nur da dran machen. Was ist jetzt so schwer daran, Joel? Ich will die nicht ablegen. Ich will, dass du die da dran machst. Kannst von mir aus auch damit runterspringen. Das ist mir egal. Mal. Och, Joel. Ehrlich. Hallo. Nicht ablegen. Hinstellen. Joel, was ist jetzt so schwer? Außer die Leiter vielleicht. Ist das jetzt dein Ernst? Hier kann ich die doch nicht ablegen. Hallöchen, Joel. Warum ist das jetzt verbuggt? Oder sehe ich hier den Wald vor lauter Bäumen nicht? Der legt die immer nur ab? Gibt es hier irgendwas, was ich übersehen habe oder so? Ich gucke mal. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht kaputt geht. Und da leuchtet was. Ah. Der Comic, den sie liest. Ja. Und zwar Nummer 13. Ja. Sie kommt da nicht rein. Oder braucht sie vielleicht doch einen Floß oder was? Ich verstehe nicht, warum sie das nicht hinkriegt mit der Leiter. Beziehungsweise, warum er das nicht hinkriegt mit der Leiter. Ich gucke nochmal eben, ob ich hier noch irgendwas anderes finden kann. Aber hier ist ja sonst nichts, ne? Außer Leichenteile. Ja. Ja, da müsste Ellie mir helfen. Toll. Das ist super. Hm. Joel, warum willst du die Leiter da nicht aufstellen? Ich verstehe es nicht. Sie steht ja auch da unten, als ob sie hier hoch will. Aber hier ist halt nur ablegen. Das ist halt das Problem. Oh, jetzt, Joel. Endlich. Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. So, bleib am Rand. Genau. Lass mich hier mal... Och, Ellie. Quetsch dich doch nicht immer überall durch. Hier ist es... Oh, es ist eisig. So. Komm mal her, hilf mir mal. Okay. Geh mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach das wieder auf. Hä? Pass auf! Da? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Ich auch. Ich auch. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, hä? Da kann ich was anvisieren? Oh. Ja, ich denke mal, hier kann ich sie anmachen, oder? Hoffe ich mal. Hab ich mich jetzt erschrocken. Ist hier noch irgendwas drin? Achso, können wir hier noch irgendwas machen? Das ist alles voll. Ne, okay. Hm. Uh. Wir haben wieder eine Werkbank gefunden. Sehr schön. Sehr geil. Okay, dann mal los. Aber wir haben eigentlich nichts, was wir machen können, oder? 32, Rückstoß, Reichweite. Gut, die Reichweite könnte man jetzt noch machen. Ja. Ja. Ich meine, was soll ich noch groß machen? Ich weiß ja eigentlich, dass wir relativ, ja, nicht kurz vorm Ende sind, aber, ähm, Also, ich sag's mal so, in der Serie wäre es schon lange aus gewesen. Das wäre viel schneller gegangen. Weil da kamen ja auch keine Gegner in der Serie. Da kamen ja nur ganz am Anfang, glaube ich, einmal ein oder zwei Gegner. Sieht gut aus. Und sonst nicht wirklich. Okay. So, Elli. Wo geht's lang? Sag mir, wo's lang geht, Elli. Komm runter. Sieh mal. Da ist es. Was? Ach so. Gut, wenn man nach unten guckt, kann man noch nichts sehen. Ähm, gut. Das heißt, wir müssten dir jetzt quasi ein Floß oder sowas verpassen, wa? Gucken, ob irgendwas im Wasser ist. Ich bin... Ich hab's nicht ganz verstanden, aber ich glaub, sie wollte sagen, dass sie nirgendwo hingeht. Ah, da ist ne... Oh, okay. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht dabei. Oh, schwimm, Joel. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm schneller. Iiii. Schwimm, Joel. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ich mach mal hoch, ja. Ähm, halt. Moment. War da nicht irgendwas grad? Ich mein da... Ach so, das ist so am Flackern gewesen. Na gut. Okay. Warum ist er jetzt in die Knie gegangen? Und warum höre ich irgendwas? Das ist Ellie? Hm. Gefällt mir so gar nicht. Ah, ein Floß. Ein Floß. Ja, super. Okay, los, bring dich wieder. Ja, Ellie. Machen wir doch glatt. Ich muss nochmal eben gucken, ob hier oben vielleicht noch irgendwas... Irgendwas ist, was man mitnehmen kann, aber scheinbar nicht. Okay. Schätzelein, ich komm zu dir. Einmal Zombie-Express, bitte. Ja. Okay, gut. Ich bin drauf. Ja. Soll ich dich zu den Treppen... Äh... Ne, das wär Blödsinn, ne? Ja, manchmal nach hier. So, jetzt ist die große Frage. Wie komm ich jetzt da rüber? So weit springen kann ich nicht, ne? Ellie ist schon wieder weg? Ellie? Dein Ernst jetzt. Vorsicht! Warum sollte ich vorsichtig sein, wenn ich komplett auf der anderen Seite stehe, Ellie? Äh... Na gut, dann gehen wir nochmal zurück. Warum werde ich eigentlich immer nass und sie nicht? Verdammt, der Leiter ist hin! Und jetzt? Jetzt habe ich mich erschrocken. Ich überlege mir was. Man könnte die Leiter jetzt vielleicht einfach so da dran halten und sich dann da oben hochhangeln. Ich weiß nicht, ob das reicht von der Dings her, von der Breite her. Ähm... Pfff... Kann ich... Ist das groß genug, das da drüber zu legen? Kann ich das mit ins Wasser nehmen irgendwie? Anscheinend nicht. Hm... Kann ich das da hinlegen? Oh, Moment. Platzieren? Ah, ja klar. Ich kann das dann... Haha. Ja. Nicht so schlecht gedacht, nur ich hätte es jetzt blöd gemacht. Ich wollte die da jetzt rüberlegen. Ja gut, so lang ist die nicht. Das stimmt. Frage ist, komme ich da überhaupt wieder hoch? Nee. Achso, da muss ich... Nee, ne? Muss ich da jetzt nochmal hinschwimmen? Wollt ihr mich veräppeln? Oh Gott. Okay. Schwimm einfach weiter. Den Leichen im Wasser machen heiter. Okay. Muss ich die ganze Kletteraktion nochmal von vorne machen? Hm. Äh. Moment. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Hier war ich gar nicht. Achso, ich bin hier hochgeklettert. Genau. Weil ich eigentlich wissen wollte, ob hier oben irgendwie ein Anhänger hängt oder... Äh, also hängt. Ob hier ein Anhänger ist oder sowas. Da aber keiner war. Und ich dann gesehen habe... Oh, Ellie steht auf der anderen Seite. So, Joel. Wo hast du die Leiter eingestellt? Da. Schon krass, wie hoch der die Leiter machen kann, obwohl das hier total voll zu ist. Aber gut. Ähm, das heißt hier einmal hinstellen und dann einmal rüberlegen, denke ich mal. Ablegen. Hm. Nicht umstoßen, Joel. Fällt aber auch nicht um, wenn ich so runterspringe. Das ist gut. So. Kann ich jetzt hier... Ja. Nö. Dann zeigt er platzieren anscheinend nur dann an, äh, wenn man das tatsächlich so waagerecht hinlegt. Da ist nix. Oh Mann. Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay. Ich folge dir. Okay. Nee, darüber springen können wir nicht, ne? Das ist natürlich schön reißend. Äh. Für Ellie sollte sie mal irgendwo reinfallen oder so. Oh, ich weiß nicht. Das sieht mir sehr verrostet aus hier. Okay. Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Wer ist wir, Joel? Hast du mich nicht mal gedacht? Nichts hier runter von diesem Ding. Wir fangen dich. Wer? Also er ist klar, aber... Oh Mist. Ellie, Ellie, los! Hauptsache Ellie ist in Sicherheit. Äh. Nein, ich war so vorsichtig. Ich war so vorsichtig. Ich war so vorsichtig. Du? Achso. Äh. Ich kann nichts machen, Leute. Ellie! Ellie, du stehst auf der Tür, die du versuchst, hochzuziehen. Okay, sie versucht, dich zu ermorden, nicht hochzuziehen. Gib mir die Hand! Gib mir die Hand! Nein! Ellie! Ellie, wo bist du? Oh. Da ist sie! Schwimm, Joel! Schwimm! Los! Mach! Du musst sie retten! Weiter! Weiter, Joel! Komm, zwei! Komm schon. Komm schon. Komm schon. Vielen Dank für Dein Like! Wenn Du mehr davon sehen möchtest, dann kannst Du mich auch gerne abonnieren.